Hi, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Mein Name ist Tag Koffel und heute spielen wir mal wieder die Typ 38. Die ist mir nämlich letztes im Stream. Ja, positiver ausgefallen als am Anfang und ich habe ja auch eine coole Variante gezogen. Leider nur episch, aber sie sieht ganz cool aus, finde ich. Und die schwarze Hornisse, wo soll man es am besten testen? Wir gehen natürlich auf Shipment und hoffen, da eine geile Runde zu erwischen. Und, okay, Team Deathmatch kann man nicht ganz so viele Kills machen, weil die Runde schnell rum ist, aber es geht auch. Da habe ich sie nämlich wieder für mich entdeckt, die Waffe. Mal schauen, was jetzt so geht. Okay, die Runde läuft schon, das ist immer blöd. Hit-Marker, okay, die Runde läuft schon, dass ich hasse. Nichts, was ich mehr hasse, als in laufende Runden rein zu joinen. Ja, Doktor D24. Was ein Chaos. Was ein Chaos. Jetzt habe ich dich aber. Ich mag es nicht. Laufende Runden, ich weiß gar nicht, wo es hier jetzt abgeht. Schon immerhin zwei. Sind jetzt der Rest für euch. Dann habe ich gestuckt. Nee, habe ich einen Hit-Marker. Ah, da sind wir wieder beim negativen Teil der Waffe. Hit-Marker. Eben ist noch nicht da. Eben ist noch nicht. Und top. Den werbe ich mit einer Granate von Latz und er stirbt nicht. Verdammt. Und. Hallo? Nein, die braucht so lang. Oh, ich backe noch mehr, mehr. Das ist. Headshot. Und jetzt aber. Ist so schön schnell. Dann muss ich mich halt jetzt erstmal wieder das angewöhnen. Oh, obstole. Oh. Gnade. Und. Niemand. Nein, warum ziehst du weg? Oh. Lahme Sau. Einstehen. Waffe leer. Und. Hinter mir gespawnt. Geil. Viel zu chaotisch, das Ganze gerade. Viel zu chaotisch. Ich kann gar nicht abschätzen, wo die herkommen. Dieser Typ, der Tryhardt da rein. Oh, und ich bin dann alleine gegen alles immer. Warum spawne ich da? Das sind alle Gegner. Ja. Oh, und es sind zwei Seiten wieder. Mein Team bewegt sich halt auch nicht. Das ist blöd. Ich hoffe, dass jetzt eine zweite Runde mehr geht. Die bewegen sich einfach gar nicht. Guck dir mein Team an. 13,21 war der erste. Das ist natürlich nicht so pralle für mich. Alles ins Prestigemaster. Haben die nur Krieg gespielt oder was? Eigentlich bin ich nur einen coolen Feed und ein paar Kills. Also Herrscher, 50 Kills wären schon geil mit der Sniper. Ich brauche auch ein bisschen Team. So ein bisschen Team bräuchte ich schon. Das eben war halt nix. Wenn auf Shipment das eigene Team nur irgendwo in der Ecke schwimmen, dann kann ich schlecht alleine flanken gehen. So ein bisschen Dynamik im eigenen Team. Ich habe immer den D24 bei mir. Der wird pushen. Das finde ich schon mal gut. Mal schauen, was es jetzt wird. Und First Blood will ich mir auf jeden Fall holen. Das ist eigentlich mit der Sniper vorprogrammiert. Normalerweise. So sollte normalerweise sein. Außer der Typ rennt genau in meinen Schuss rein. Mann. A einnehmen. Mal kurz nachladen. Colette. Nice. Läuft doch. Geh nachladen. Bin bei 7,0. Was will ich mehr? War ein Zornabschluss. Geil. Und jetzt kann ich hier defensiv den Dicken raushängen lassen. Ähm. Nasserschlag. Auf C. Ähm. Ah ja. Noch einen mehr. Hä. 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 Ähm. Läuft. Würde ich sagen. Alter. Was ich da alles treffe. Alter. Was geht hier ab? Dritter Weltkrieg. Rumpel. Was geht hier ab? Report des Human Shit. Dankeschön. Danke dafür. Oh mein Gott. Aber was es ausmacht, wenn das eigene Team mitspielt. Das ist so Wahnsinn. Und ich gehe hier einfach nicht weg. Ähm. Wollt alle Diskussionen werden hart. Aber ich gehe hier nicht weg. Aber es ist lässig. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Aber ich feiere es ein bisschen. Hitmarker. Ah, jetzt haben sie mich. Oh, die meinen D24 ins Cheater. Ich habe auch geil hier geliefert. Oh Gott. Nein. Ah. Aber einmal auf Shipment sterben und es ist vorbei. Das ist zum Kotzen. Was? Oh. Wenn du einmal auf Shipment stirbst und kommst nicht mehr so richtig in die Position rein, dann ist es vorbei leider. Probier es halt wieder hier. Ja. Boah. Dass ich den noch bekommen habe, ist mir die Bombe fast egal, Alter. Oh Gott, wo habe ich den geschmissen? Komm nicht so dran. Einer. Oh, der ist schon gepratzt. Okay. Die Vorräte liegen halt echt geil da. Ich glaube, da ärgert sich der junge Mann. Oh, der hat nichts gesehen, weil die Map wackelt. 24,5 in der ersten Halbzeit. Das ist in Ordnung. Wir nähern uns meinem Ziel. Ich brauche nur noch einmal eine Street. Was die den Cheater nennen? Der spamt halt mit einer MP da rum. Nee, 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 nee. Alle von der Academy geflogen, glaube ich. Von der Academy. Und jetzt will ich was. Komm, 24, lass ich mal durch. Geht doch. Muss nun nicht bitte sagen. Was? Warum Spontate? Och, come on. Warum ist der jetzt? Ja, 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 ja. Party, die Sonderzeichen treu. Dreht total ab. Treffe ich noch? Okay. Bin eh mal gespannt. Sobald die Anforderungen losgehen, ist die Runde nicht immer so spaßig. Dürfte nicht mal lang dauern. Geiler Scope, muss ich sagen. Ja. Bisschen zu spät. Kommt das Flak? Oh Gott. Und es hat mich. Ja, jetzt werde ich öfter sterben. Jetzt kommen gleich die ganzen Streaks. Das ist halt der Haken an der Herrschaft hier. Oh. Alter. Ich habe nur mitgeholt, weil die Granate an mir geklebt hat. In die Birne. Und weg ist Great. Game and Peace hast du halt. Sobald ich hier durch den Nahkampf komme, keine Chance mehr. Ich bin vorbei. Boah. Sie sind ja mit 100 Leuten stehen. Jetzt dürfen sie da unten spawnen. Was kommt mit? Oder was er aushält. Ich wollte gerade sagen, ich komme mit einmal so in den Feed, dass ich da zwei, drei Leute auf einmal töten könnte. Das ist ein bisschen schade, aber die Runde ist auf jeden Fall lustig. Ah. 34, 13. Okay, der Score ist aber immer noch in Ordnung, würde ich sagen. Und die Waffe macht Spaß. Das auf jeden Fall. Okay, jetzt hat ein YOLO Not-So-Snake einmal halt getötet. Mein Blöder Rauch ist mir auch egal. Wow, der Quickswop. Die Lobby hier spielt auch echt nicht schlecht. Das ist schon kein Low-Niveau. Die spielen alle halt in dieser Schwitz-MP-Klasse. Drehen total am Rad. Das ist nicht einfach. Hitmarkt habe ich nicht. Warum legt er sich hin? Ach, war es jetzt zu fein, um dich hinzulegen. Ich kriege immer nur zwei Leute, ey. Wollt ihr mich verarschen? Und jetzt bin ich vom Sporn, könnte alle abfahren und dann so ein Scheiß. Typisch. Ja, die falsche Mega. Ich sag's ja, sobald die Streaks drin sind, ich dürfte nur, ne? Aber ich muss noch acht, ne? Na, die Runde ist vorbei. Nein, nur ein Gumm. Boah, schade. GG. War aber auf jeden Fall lustig. Killcam weiß wieder nicht, was er will, aber okay. Wow. Waffe macht auf jeden Fall Spaß. Und ich denke, wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr mit der Einspiel, werde ich die auch öfter spielen. 42 Kills schippen in so einer kurzen Runde ist, denke ich mal, in Ordnung. 25 Defense, auch klar. Nette Waffe macht Spaß. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.